Immer einatmen die Arme an, zieh dich in die Länge, vielleicht mit dieser Vorstellung, dass du dich an einer Leiter hochziehst, hoch und höher, spürst wie der Rumpf in die Länge kommt. Dann bringst du die Arme zur Seite, atmest wieder ein und mit der nächsten Ausatmung dehnst du zu einer Seite, spürst die Beugung, es geht weniger um die Beuge, obwohl es eine Seitbeuge ist, sondern um das Aufdehnen, kommst einatmen zurück in die Mitte, spürst die Mitte und mit dem Impuls zur nächsten Ausatmung zur anderen Seite. Wir sind früh am Morgen, also bitte gar nicht so tief hier runter gehen, sondern vielmehr aufs Strecken konzentrieren. Du lässt die Sitzbeinhöcker auf deinem Sitzkissen, auf deiner Matte, auf deinem Klotz und streckst. Langsam damit fortfahren in dieser Mittelstellung, die Schultern wegziehen von den Ohren, das Becken aufgerichtet lassen und ausatmen zu einer Seite. Einatmen zurück in die Mitte, macht das in deinem eigenen Atemrhythmus weiter. Zwischendurch nochmal der Hinweis, da ihr alle von unterschiedlichen Geräten zuschaut, wenn ihr merkt, dass der Bildausschnitt für euch nicht stimmt, also ihr solltet jetzt schon mal die Beine und Knie sehen, die Matte. Dann meldet euch einfach nochmal, sagt Bescheid, schiebe ich es nochmal um bei mir. Ich stelle es immer auf meine Geräte ein, aber es gibt mehrere Bildschirmformate. Also ruhig nochmal sagen. Mit der nächsten Einatmung hebst du beide Arme wieder an und kommst jetzt hier in eine sanfte, geh nicht so weit, in eine sanfte Rotation. Das ist eher ein Aufwecken der Wirbelsäule. Wechselst von Seite zu Seite, einatmend hochziehen, ausatmen, Arme und Schultern sinken lassen und einfach zur Seite rotieren, aus der Tiefe deines Körpers, Schultern mit nach hinten drehen, Kopf mitbewegen. Noch einmal zu jeder Seite. Und wenn das nächste Mal die Arme oben sind, lässt du Hände und Arme zur Seite sinken, spürst nach. Und dann mit der nächsten Ausatmung beugst du vor, rollst dich leicht zurück, richtest dich einatmend wieder auf, beugst vor. Du gehst mit der Ausatmung, atmest weiter aus, rollst dich leicht ein, richtest dich auf, vom Herzen her nach vorne beugen und zurückrollen. Mach das einige Male, hebst die Vor- und Rückbeuge, mach das sanft, auch hier, ja nicht bis ans Extrem, bis ans Ende gehen, weil wir früh am Morgen sind. Ich drehe mich mal zur Seite, dass ich anders auf der Matte sitze. Ich atme ein, ich hebe mein Herz an zum Tag und atme aus. Verbeuge mich vor etwas, was ich schätze. Das darf man selbst sein. Das darf, wenn du in deinem Bild bleiben willst, was du vorhin gewählt hattest, darf die Sonne sein, darf der Mond sein. Du wählst selbst. Noch zweimal. Und spürst du im Sitz nach. Wenn du jetzt in die ruhige Haltung kommst, wie geht innerlich für dich die Bewegung weiter? Und hier sind wir schon im Abspann. Wiedersehen. Schuss, schuss, schuss.